Bahnsteig 2 A bis 10 Region 1 und 7 nach München Hauptbahnhof über Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Bitte beachten Sie, die Weiterfahrt dieses Zuges erfolgt von Bahnsteig 3 A bis 10. Attention please. Region 110 zu München Hauptbahnhof via Salzburg Hauptbahnhof is arriving at Plattform 2 A to C. Please take note, this train will continue from Plattform 3 A to C. Alle Informationen zu Region 110 nach München Hauptbahnhof abfahrtszeit 20 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich 10 bis 10, dieser Abgrund wird heute von Bahnsteig 3 A bis 10. Und dafür ist eine Bezügelung und die Bahnweiter gelaufen. Bitte beachten Sie, dass sich im Spiegelung der Aufgebung einverändert wird. Abgrund wird heute von Bahnsteig 4 A bis 10 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 bis 11 bis 12 Euro. Geheberurodien aufhe tweet, den Wchenheim 4 A bis 9 bis 9 bis 10 bis 11, bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 11 bis 11 bis 12 bis 13 bis 12 bis 9 bis 15. Vielen Dank.